Hallo Leute, auch für euch hier, für das jüngere Publikum, habe ich jetzt auch mal was. Und zwar, ich habe hier einen super freshi, super fruchtigen, freshi. Ich spreche von dem Lacoste 1212 Blanc Guys. Leute, Hamos, Hamos Zeugs, wirklich super, super erfrischend. Ich würde sagen, den Duft, den trägt man am ehesten im Sommer und im Frühling. Und wie gesagt, schön fruchtig, schön frisch. Das könnt ihr jeden Tag tragen, diesen Duft, auch nach dem Sport gerne oder bei euch im Büro definitiv. Für jüngere Leute ist das sehr geeignet, so bis maximal 30. Ihr könnt natürlich auch ältere den tragen, das ist kein Problem, das ist ja freie Entscheidung. Nur ich finde ihn halt so ein bisschen jung, ja, hat was von jüngeren Leuten, so gibt mir so ein bisschen das Gefühl, die Performance. Und der Duft ist wirklich very, very nice. Und der ist voller Grapefruit, ja, der ist gut Kardamon abgestimmt hier. Rosmarin, Ylanglang ist hier mit drin gut. Vettiver, Leder ist hier mit drin, ja, in der Basis noch, ja, Zedernholz, wirklich, wirklich top, ja. Also den könnt ihr testen, den erhaltet ihr auch sogar günstig. Ich glaube so 25 Euro, kriegt ihr 30 Milliard, so das ist schon ein guter Deal, definitiv. Lacoste, ich zeige es euch nochmal, hier das Amblau von dem Lacoste, ist ja das Krokodil. Sehr berühmt, bekannt, weiße, schicke Flasche, ja. Und, ja, Lacoste 1212 Blanc ist der Name. Das war es auch schon von mir, Leute, von diesem Parfüm. Ich wünsche euch viel Spaß, schönen Abend noch und wir sehen uns demnächst. Ciao, belli.